Der Protest ist die Hütte der Jugend! Pubertät Der mühsame Weg zum eigenen Ich. Der Weg aus der Kindheit ins Erwachsensein ist schwer für Eltern und Heranwachsende. Die Hormone spielen verrückt, die Gefühle sind kaum noch kontrollierbar. Streit und Provokation sind an der Tagesordnung. Die Pubertät ist ein ganz schönes Geist und lässt sich trotzdem mit eigenem Wegmeisterung gut meistern. Die Hormone spielen. 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 Die Hormone spielen.